Sie waren Staatssekretär im deutschen Verteidigungsministerium in der Regierung Kohl. Das heißt, Sie haben den Kalten Krieg miterlebt, aktiv als Politiker. Fühlen Sie sich an die Zeit erinnert? Ich habe nicht nur den Kalten Krieg erlebt. Ich war Übungsminister in der letzten großen NATO-Übung des Kalten Krieges, Vintex-Simex, und ich habe acht Tage lang konventionell und acht Tage nuklearkrieg geführt. Ich weiß, was das bedeutet. Übrigens mit einer interessanten Konsequenz. Ich habe damals, als die NATO von mir verlangte, Dresden nuklear auszulöschen, dem Bundeskanzler Helmut Kohl empfohlen, die Übung zu verlassen. Und es hat nie vorher eine solche Situation gegeben, dass die Bundesrepublik Deutschland eine NATO-Übung verlassen hat. Das hat er getan. Und das macht natürlich deutlich, dass wir immer wieder in Spannungssituationen gelebt haben. Ich habe im Dezember 1989 für den Bundeskanzler die Denkschrift erarbeitet über die NATO-Mitgliedschaft des wiedervereinigten Deutschlands und ausdrücklich der Zusicherung an die andere Seite, nur deutsche Truppen auf dem Territorium der ehemals bestehenden DDR zu stationieren. Keine Alliierten. Es sollte überhaupt nicht möglich sein, die NATO nach Osten zu erweitern, sondern der erste und entscheidende Schritt sollte über die europäische Gemeinschaft, war es ja damals noch, laufen. Also vor diesem Hintergrund, ich weiß schon aus eigenem Erleben, worüber man dann reden kann. Und wir haben in dieser Zeit zwei Dinge erlebt. Die Russen haben gesagt, Gorbatschow, gemeinsames Haus Europa. Waren wir auch dafür. Wir haben denen dann anschließend die kalte Schulter gezeigt. Wir haben sie nicht zugelassen, was Europa anbetrifft. Wir haben die Dinge, die wir uns vorgenommen hatten, die haben wir in Anbetracht einer verendeten amerikanischen Politik ganz Europa gegenüber nicht durchziehen können. Es war nicht daran gedacht, die NATO nach Osten zu erweitern. Es sollte die europäische Gemeinschaft sein. Und die Amerikaner haben in ihrem Interesse das andersrum gedreht. Das heißt nicht europäische Gemeinschaft, sondern NATO. Und ich muss Ihnen ehrlich sagen, hier ist eben schon mehrfach vom Völkerrecht die Rede gewesen. Das Theater, was wir derzeit haben, das ganze Inferno und die Toten fingen an mit dem völkerrechtswidrigen Krieg gegen die Bundesrepublik Jugoslawien. Die Vereinigten Staaten zerstören das Völkerrecht, wo sie nur können. Von vorne bis hinten und in allen Teilen der Welt. Und das ist die Situation, mit der wir derzeit auch uns auseinandersetzen müssen. Das, was hier in Zusammenhang mit Syrien gesagt werden kann, will ich nicht verschweigen. Dadurch, dass die russische Föderation auf der Seite des Völkerrechts in den Krieg eingegriffen hat, auf der Seite einer legitimen Regierung, besteht jetzt zum ersten Mal seit viereinhalb Jahren die Chance, sich zu treffen, zu verhandeln und möglicherweise einen Ausweg zu finden. Viereinhalb Jahre hat das niemanden interessiert, was da passiert ist. Das russische Engagement in Syrien ist jetzt die Ursache dafür, sich in Genf und in Wien ständig zu treffen und nach Lösungswegen zu suchen. Das heißt, Sie meinen, das ist eher was Friedensstiftendes, dieses Eingreifen, obwohl jetzt, man muss schon dazu sagen, also um das in Perspektive zu rücken, Ban Ki-moon hat jetzt zum Beispiel gesagt, das ist ganz eindeutig, ist das völkerrechtswidrig, es sind heute auch Schulen bombardiert worden. Da habe ich überhaupt keinen Zweifel, dass da viele Dinge völkerrechtswidrig sind. Wir haben den ganzen Afghanistan-Krieg in der Auseinandersetzung mit den Amerikanern verbracht über Kollateralschäden. Der Begriff Kollateralschaden ist ja durch die NATO in Zusammenhang mit Jugoslawien erst in die Öffentlichkeit gebracht worden. Das heißt, wir machen nichts anders, als unseren Generalbundesanwalt davon abzuhalten, gegen Amerikaner vorzugehen, was er eigentlich tun müsste. Weil man sagt, die werden in den Vereinigten Staaten schon wegen dieser Kriegsverbrechen vor Gericht gestellt. Das ist nie einer vor Gericht gestellt worden. Es hat keinen Sinn, sich diese Dinge, zerstörtes Krankenhaus da, zerstörtes Krankenhaus hier, um die Ohren zu schlagen. Das, was läuft, das, was hier läuft, ist ein Verbrechen, das uns alle umbringen wird. Das ist ein hartes Wort. Wir müssen uns noch mit der Situation an Ort und Stelle so auseinandersetzen, wie es ist. Wir haben vor 14 Tagen gehört, dass der Kurdenführer Barzani öffentlich gemacht hat, jetzt den Staatsfindungs- und Staatswertungsprozess der kurdischen Gebiete im Irak zu betreiben. Das ist im Nordirak, kommt es dazu zu erklären, dass die schon ein Autonomiegebiet sind. Völlig klar. Die wollen aber unabhängiger Staat werden. Das reißt den Iran auseinander. Dahinter stecken die Israelis. Das ist auch der Grund, warum die Bundeswehr sich an Ort und Stelle befindet. Im Irak. Im Irak. Im Irak. Und das wird die Türkei mit Sicherheit auseinanderreißen. Die türkische Republik hat schon den ganzen Konflikt auf dem Balkan zitternd erlebt unter dem Gesichtspunkt, was auf dem Balkan passiert im Zusammenhang mit Jugoslawien, trifft uns als nächstes. Und das, was da jetzt im Zusammenhang mit dieser Barzani-Äußerung gekommen ist, das wird die Welt dramatisch verändern. Wenn das kommt, ist das eine Wasserstoffbombe im Nahen und Mittleren Osten, die nicht so genannt werden will. Aber das ist eine Entwicklung, die ist verhängnisvoll und die wird uns umbringen. Das ist gar keine Frage. Herr Wimmer, Frau Scholl hat jetzt gesagt, dass das Engagement Russlands darauf zurückgeht, dass Russland nie ernst genommen wurde und es quasi psychologisch erklärbar ist. Wir haben, glaube ich, mehrere Komponenten, die man da basieren muss. Und das kann man ja nüchtern erörtern. Zunächst mal ein Satz. Was war eigentlich in Syrien los vor viereinhalb Jahren? Ein Abkommen zwischen Israel und Syrien stand vor der Unterschrift, bezogen auf die Golanhöhen. Wenn das hätte durchgesetzt werden können, hätten wir eine Friedensentwicklung in diesem Teil des Nahen und Mittleren Ostens bekommen. Amerikanische, britische und französische Spezialtruppen sind in Syrien reingegangen und haben den Bürgerkrieg angezündet. Das muss man so sehen, wie es ist. Das Zweite, was Russland anbetrifft. Ich meine, würde ich ja auch so sehen, der Westen hat für 5 Milliarden oder 10 Milliarden US-Dollar gegen die legitime Regierung in Kiew geputscht. Das war ein westlicher Putsch. Und das Ziel war, die Krim an sich zu reißen, die Entscheidung, sind noch in der Nacht getroffen worden, um die russische Unterstützung für Syrien zu beseitigen. Das hat man hingenommen. Da hat man gesagt, dürfen die. Ich glaube, die Frau Scholl ist nicht ganz einverstanden mit ihrer These. Nein. Also, das hat sich in der Ukraine schon ein bisschen anders abgespielt. Das wissen wir alle. Ich war dort. Ja? Also, es hat sich wirklich ein bisschen anders abgespielt. Können Sie aber mit offenen Augen sehen müssen? Ich habe auch mit offenen Augen gesehen. Sie können mir glauben, ich war 20 Jahre in Russland und auch immer wieder in der Ukraine. Und es war durchaus kein westlicher Putsch gegen die legitime Regierung, sondern es war ganz eindeutig ein Aufstand gegen diese Regierung, die korrupt war und absolut russlandhörig war und die diktiert bekommen hat aus Moskau, was sie zu tun hat. Das war der Grund für den Aufstand gegen diese Regierung. Und kein Mensch wollte die Krim anektieren. Also, ich weiß, es gibt also die Geschichten von NATO-Soldaten, die schon auf der Krim standen. Das ist Blödsinn. Auf der Krim waren nie NATO-Soldaten. Auf der Krim sind russische Soldaten einmarschiert, ohne irgendwen zu fragen. Das Versorgungsrückgrat für die Russen in Richtung Syrien sollte beseitigt werden. Aber damals war Russland noch überhaupt nicht in Syrien involviert. Sie verwechseln die Zeiten ein bisschen. Aber es gab überhaupt keine russischen Soldaten in Syrien zu geben. Herr Görde, noch einen Satz dazu? ...den Menschen zu helfen. Es ist im Zusammenhang mit diesen 60 oder 100.000 oder 200.000 Leuten aus meiner Sicht völlig unerheblich, auf welcher Seite der Grenze ihnen geholfen wird. Die Türkei hilft auf der syrischen Seite dieses Gebietes. Und sie hilft ordentlich. Sie hat von der ersten Sekunde an riesige Zeltstädte aufgebaut, unterstützt die Leute mit allem auch medizinischen Dingen. Und vor diesem Hintergrund kann man der Türkei aus meiner Sicht überhaupt keinen Vorwurf machen. Sie kommt ihrer humanitären Verpflichtung nach. Ich verstehe auf der europäischen und insbesondere der deutschen Seite überhaupt nicht, warum man die Finanzmittel für die UN-Flüschlingslager in den zurückliegenden Jahren dramatisch runtergekürzt hat. Wenn man den Leuten noch nicht mal das Geld zum Überleben gibt, muss man sich doch nicht wundern, wenn die sagen, dann kommen wir zu euch. Das machen sie ja auch. Das heißt, wir sind auf der ganzen Linie in diesem Zusammenhang sind wir gescheitert. Und wir wussten es schon 1990. Die damalige Europäische Gemeinschaft hat gesagt, wir machen zwei Dinge in Zusammenhang mit den Entwicklungen, die wir sehen. Wir dehnen die Europäische Gemeinschaft auf den südlichen Rand des Mittelmeeres aus. Das war Punkt Nummer eins. Und das zweite ist, wir dehnen die in Wien beheimatete KSZE, heutige OSZE, auch auf dieses Gebiet auf. Bleiben wir noch kurz bei den Flüchtlingen. Sowohl die Theorie, die man immer wieder in sozialen Medien liest, die USA schicken die Flüchtlinge los, um Europa zu schwächen, als auch jetzt sogar vom Bundestagsseite in Deutschland, die Russen machen das. Ja, aber wenn ich das mal sagen kann, weil ich ja selber sowas geplant habe. Was jetzt? Krieg. Achso, bei der NATO-Übung. Ja, bei dieser NATO-Übung und vor jedem konventionellen oder nuklearen Konflikt werden die Flüchtlingsströme geplant. Wir haben es ja zwischen Afghanistan und Mali mit einem Gürtel von Staaten zu tun, die von den Amerikanern flachgelegt worden sind und weiter flachgelegt werden. Und diejenigen, die das planen, planen die Flüchtlingsströme auch. Sie können ja überhaupt sich militärisch nicht bewegen, wenn sie nicht die Flüchtlingsströme im Griff haben. Herzlichen Dank. Wir müssen eine kurze Pause machen, diskutieren über den Syrien-Krieg und seine internationalen Dimensionen, die wirklich bedenkliche Ausmaße annehmen in Richtung neuen Kalten Krieg, in Richtung einer echten Eskalation. Und wir haben hier in der ersten Reihe eine Frage, bitte. Meine Frage geht an Herrn Wimmer. Und zwar, Sie haben gerade früher gesagt, dass Sie den Krieg geplant haben, also einen Krieg. Und als allererster werden sozusagen die Flüchtlingsströme berechnet. Ist es jetzt ungefähr absehbar für uns Europäer, wie viele an Flüchtlinge nach Europa kommen werden? Das muss man den NATO-Generalsekretär und den Oberbefehlshaber Europa fragen. Und man muss beim amerikanischen Generalstabschef nachfragen, was die an den Zahlen zugrunde liegen haben. Und danach müsste man die Frage beantworten können. Okay. Bitte. Meine Frage geht an den Herrn Scheibner, weil Sie haben ja vorhin gemeint, dass sich Russland auf die Seite von Assad stellt und sich damit auf die Seite von einer legitimen Regierung stellt. Und ich stelle mir einfach die Frage, wie kann es sein, dass eine Regierung, die seit fast einem halben Jahrzehnt das eigene Volk maßlos bombardiert, dass man da noch von einer legitimen Regierung spricht? Sie beide haben das, glaube ich, gesagt. Völkerrechtlich ist es so, ganz einfach. Es gibt keine andere Regierung, sondern es ist, Assad ist gewählter Präsident, war von allen auch anerkannt. Und dann gab es diese Demonstrationen, wie immer man das jetzt beurteilt. Und dann gab es von außen die Unterstützung von bewaffneten Gruppen, die gegen Assad kämpfen. Das habe ich gesagt gesagt, und das ist auch so. Und ich möchte noch einmal betonen, dass es Menschenrechtsverletzungen gegeben hat, ist überhaupt keine Frage. Dass Assad, das habe ich auch schon gesagt, auf die ersten Demonstrationen völlig falsch reagiert hat, ist auch keine Frage. Aber dass man jetzt mit zweierlei Maß misst, dass die über fünf Jahre militärische Aktionen in Syrien gegen das Regime, das war alles in Ordnung. Und jetzt die Reaktion darauf, ist ein großes Verbrechen. Wenn wir uns darauf einigen würden, schon von Beginn an, dass wir versuchen, politische Prozesse auch politisch zu unterstützen und nicht militärisch anzuheizen, dann wäre für die Zukunft schon viel gewonnen. Herr Wimmer, Sie haben auch gesagt, legitime Regierung. Wie geht das bei jemandem, ich gebe die Frage jetzt weiter, der seine Bevölkerung bombardiert? Also, das wird nach den Regeln des Völkerrechts entschieden. Und das kann man gut finden, das muss man nicht gut finden. Es ist aber so, Wien war ja immer die Hochburg des Völkerrechts über 200 Jahre. Hier hat man ein besonders gutes Verständnis dafür. Aber wenn wir diese Kriterien wirklich ernst nehmen, müsste derjenige, der jedes Jahr 3000 Leute mit Drohnen weltweit ermorden lässt, wenn da unser Land die Bundesrepublik Deutschland demnächst besucht, der müsste natürlich direkt auf den Weg nach den Haar geschickt werden. Sie meinen den US-Präsidenten. Ich habe jetzt noch eine ganz kurze Frage an Sie, Herr Feichtinger. Es war jetzt oft von völkerrechtlicher Rede. Wenn jetzt diese Bombardierungen der Krankenhäuser heute, das ist ja ein klares Kriegsverbrechen. Gibt es da jetzt überhaupt noch Sanktionen in dieser Situation? Was passiert da? In der Situation kann ich mir das überhaupt nicht vorstellen. Vielleicht in einer Postkriegssituation dann, dass man versucht, das aufzuarbeiten. Deswegen gibt es ja auch den internationalen Strafgerichtshof, wo man solche Sachen, solche Verbrechen dann aufklärt. Das ist ja eine mühsame Angelegenheit. Das dauert sehr lange, ist aber oft sehr wichtig für die Vergangenheitsbewältigung, um dann besser in die Zukunft gehen zu können. Also das erwarte ich mir auch im Zusammenhang mit Syrien und anderen Fällen, die wir auch beobachten. Wir hätten wegen des Völkerrechtswidrigen Krieges gegen den Irak Bush und Cheney und Ramsfeld vor den internationalen Strafgerichtshof bringen müssen. Danke. Also noch einen Schritt zurück. Jetzt hoffen wir mal, dass wir bald in dieser Postkriegssituation sind und dass die Waffenruhe in Syrien tatsächlich Realität wird. Heute sieht es ja leider nicht so aus.